Mal sehen, ob wir heute in die Top 6 fahren können. Die Stewards haben eine Zeitstrafe gegen dich verhängt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht die Lücke zu schließen. Er versucht die Lücke zu schließen. Mach mal halb las, oder wollt ihr euch gegenreitig abschießen? Du befindest dich weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann. Luft zum Überholen, ERS. Luft zum Überholen, ERS. Luft zum Überholen, ERS. Wir haben ein wenig Sprit übrig. Mal sehen, ob wir ihn in den nächsten Runden nutzen können. Du musst nicht versuchen, deinen Vordermann zu überholen. Er hat eine Zeitstrafe erhalten. 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 Vielen Dank.